Nachdem wir uns im letzten Video unserer kleinen Anfängerreihe Bowlinggrundlagen und Begriffe angeschaut haben, möchten wir uns im heutigen Video auf zwei darauf aufbauende Bereiche für euch als Bowlinganfänger oder Interessierte konzentrieren. Den richtigen Hausball aussuchen und wie ihr die ersten Ansätze für euren Anlauf angehen solltet. Doch bevor wir anfangen, eine Frage an euch. Wie sucht ihr euren Bowlingball aus? Egal ob der eigene oder ein Hausball, worauf achtet ihr bei eurer Wahl? Einige Bowlinganfänger besitzen bereits den ersten auf sie gebohrten Reaktiv- oder Plastik-Bowlingball. Aber viele, die sich erst mit Bowling beschäftigen oder sogar einfach nur in der Freizeit mit Freunden spielen, werden erst einmal mit den Hausbällen der Bowlinghalle spielen. Das ist auch vollkommen okay, denn man kann mit diesen Bällen sich bereits sehr viel aneignen und auch ein gutes und effizientes Training durchführen. Darum wollen wir uns erst einmal damit beschäftigen, wie ihr den richtigen Hausball für euch aussuchen solltet. Es gibt viele Tipps dazu und meiner Meinung nach gibt es einen Hauptpunkt, den ihr bei der Wahl des Hausballs berücksichtigen solltet, wie gut er zu eurer Hand passt. Gewicht ist sehr zweitrangig in diesem Fall, besonders weil viele Bowlinghallen mittlerweile Hausbällen mit derselben Bohrung in denselben Gewichten anbieten und es mehr darauf ankommt, dass ihr den Ball gut festhalten und auch gut loslassen könnt. Wenn ihr aber darüber nachdenkt, euch einen eigenen Bowlingball zu kaufen, dann ist das Gewicht ein wichtiger Faktor. All das haben wir aber bereits in einem anderen Video hier auf dem Kanal deutlich besprochen und das könnt ihr auch gerne bei Bedarf euch einfach anschauen. Kommen wir also dazu, wie ihr den richtigen Bowlinghausball für euch findet. Und hier trennen wir einmal zwischen Einhand- und Zweihand-Bowlingspieler. Um zu schauen als Einhand-Bowlingspieler, welcher Hausball am besten zu eurer Hand passt, solltet ihr auch wissen, wie ihr ihn festhalten müsst. Ich habe so ziemlich alles gesehen, aber es gibt als Einhand-Bowler nur eine richtige Art, den Ball festzuhalten. Euren Ring und Mittelfinger und euer Daumen. Das ist das, was in dem Ball maximal stecken darf und nichts anderes. Wenn ihr den Ball so festhalten könnt, dass maximal ein dünner Stift zwischen eurer Handfläche und dem Bowlingband passen würde, dann ist es so gut wie nur möglich für einen Hausball. Probiert ruhig einige Hausbälle dafür aus. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr diesen sowohl beim Pendeln gut festhalten könnt, wie auch bei dem Wurf gut loslassen, dann sollte es für euer Training oder einfaches Spiel sehr gut passen. Als Zweihand-Bowlingspieler habt ihr mehr Freiheiten, denn ihr nutzt nur euren Ring und Mittelfinger und lasst das Daumenloch frei. Ihr solltet daher darauf achten, dass beide Finger gut in die Löcher passen, nicht zu viel Freiraum haben und im Bestfall zwischen dem ersten und zweiten Knöchel ins Loch kommen. Da ihr den Gewicht des Balles beim Pendeln mit der zweiten Hand tragt, müsst ihr lediglich nur beide Finger in den Hausball stecken und den Ball dann über die Handoberfläche legen. Für beide Spielweisen gilt natürlich, probiert ein paar Hausbälle aus. Es kommt zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht auf die Ballabgabe an, sondern darum, dass ihr nicht das Gefühl habt, den Ball zu verlieren oder in diesem festzustecken. Als zweiten Bereich besprechen wir heute den Anlauf. Auch hier geht es einmal, euch die Grundlagen zu erläutern und dass ihr langsam versteht, welcher Anlauf zu euch passt und warum dieser wichtig ist. Für mehr Details, besonders rund um die Schrittfolge, findet ihr auf dem Kanal bereits ein Video dazu. Bei dem Anlauf gibt es am Anfang wenig Unterschiede zwischen Ein- und Zweihand-Bowling. Aber fangen wir damit an, warum ein Anlauf überhaupt notwendig ist. Denn wenn ihr euch auf eine Bowlinghalle umschaut, stehen besonders Freizeitbohler gerne mal an der V-Linie und werfen den Ball dann Richtung Bahn. Das kann man machen, aber damit wird man nie einen kontrollierten und wiederholbaren Wurf generieren können. Und das ist das Ziel von allem, was wir im Bowling machen. Der Anlauf hat neben der Wiederholbarkeit von Würfen noch einige Ziele. Er bestimmt eure Wurfrichtung, euer Timing und Ballgeschwindigkeit. Ein guter und timingangepasster Anlauf macht das Lernen einer guter Ballabgabe später unglaublich einfacher und konstanter. Wenn ihr die ersten Male anfangt mit Anlauf zu spielen, wird es sich extrem merkwürdig anfühlen und auch nicht so einfach funktionieren. Das ist auch vollkommen okay, denn nur wenn sich etwas anders anfühlt, macht ihr es auch im Normalfall richtig. Der Bowling-Anlauf ist auch für unser Körper eine sehr ungewohnte Bewegung, denn im Gegensatz zum normalen Laufen bewegen sie wir beim Anlauf das Bein und den Arm derselben Seite zeitgleich. Wir beschäftigen uns rund um die Armbewegungen, den sogenannten Pendel, in einer der kommenden Videos. Also erst einmal zurück zu dem Anlauf. Im sportlichen Bowlingspiel haben sich 4 bis 6 Schritte beim Anlauf mit der Zeit etabliert. 4 bis 5 für Einhänder und 5 bis 6 bei Zweihändern. Ich persönlich empfehle Anfängern, die Anzahl an Schritten zuerst auszuprobieren, die passend zu ihrer natürlichen Bewegung passt. Was ich dafür tue? Ich lasse sie auf mich mehrmals zulaufen. Ganz normale Schritte. Dabei achte ich darauf, mit welchem Bein sie eher anfangen, ihre Schritte zu machen. Und das sollte das Bein sein, mit dem ihr auch euren Anlauf startet. Auf einhändige Rechtshänder bezogen bedeutet das, wenn ihr eher mit dem rechten Bein anfangt, solltet ihr maximal 4 Schritte ausprobieren. Wenn ihr eher mit dem linken Bein anfangt, dann 5. Bei Zweihänden heißt es eher mit dem rechten Bein anfangen 6 Schritte und mit dem linken Bein auch 5. Was der genaue Unterschied ausmacht, besprechen wir gleich. Egal wie viele Schritte ihr macht, eine Sache ist bei allen Schritten und Bowlingtechniken immer gleich. Euer letzter Schritt sollte immer auf dem entgegengesetzten Bein enden eures Schwungarmes. Das bedeutet, Rechtshändern haben ihren letzten Schritt mit dem linken Bein. Lenkshändern mit dem rechten. Denn Grund dafür ist einfach. Ihr möchtet genug Platz schaffen, damit der Ball an euch vorbeikommen kann am Ende des Schwunges und nicht gegen euer Bein oder Hüfte kommen. Aber wie solltet ihr den Anlauf grundsätzlich angehen? Fangen wir mit Einhändern beim Bowling an und erweitern es dann auf die Zweihandspieler. Ich gehe jetzt aber nicht auf Details von Leisten beim Anlauf, V-Linie und Zielpunkte auf der Bahn ein, denn das haben wir bereits im ersten Video abgedeckt. Um euren ersten groben Abstand zu der V-Linie herauszufinden, solltet ihr euch an die V-Linie stellen mit dem Rücken zur Bahn. Dann lauft die ganz normale Schritte geradeaus. Einen halben Schritt mehr als das, was ihr im Anlauf machen möchtet. Also, wenn ihr euch für einen 5-Schritte-Anlauf entscheidet, lauft ihr 5,5 Schritte. Das sollte ab jetzt der grobe Abstand sein, den ihr immer bei eurem Anlauf zur Bahn einnehmt. Nutzt ruhig die Punkte auf der Bahn, um euch vom Abstand her gut orientieren zu können. Da ihr nun den Abstand bestimmt habt, nehmt ihr euren Startpunkt am Anlauf basierend auf die vorhandenen Markierungen und dort, wo ihr steht, stellt euch so hin mit den Beinen und Oberkörpern, dass ihr dorthin schaut, wo ihr langwerfen möchtet. Euer Bowlingball habt ihr in der Wurfhand und etwa auf der Brusthöhe. Euer Ellbogen sollte etwa im 90-Grad-Winkel geneigt sein und am besten habt ihr den Wurfarm nah am Körper. Den Nicht-Wurfarm und Hand nutzt ihr dafür, das Gewicht des Bowlingballs hauptsächlich zu halten. Euer Knie sollte leicht gebeugt sein, in etwa so wie wenn ihr lauft. Denn keiner von uns läuft mit ausgestreckten Knien. Und ihr solltet versuchen, euer Körpergewicht eher auf den Hacken zu haben während des gesamten Anlaufs und nicht auf die Fußspitzen. Dann startet ihr mit dem ersten Schritt. Bei dem aktuellen Beispiel von einem rechtshändigen Einhandbohler, der fünf Schritte im Anlauf machen möchte, wäre es daher das linke Bein. Denkt gerade am Anfang nicht zu viel nach. Es gibt am Anfang nur vier Sachen, auf die ihr euch maximal konzentrieren solltet. Mit dem richtigen Bein starten, ganz normale, leicht gebeugte Schritte in eurer normalen Laufgeschwindigkeit zu machen, den Arm in eine Pendelbewegung zu bringen, wie es sich natürlich für euch anfühlt. Das Ziel dabei ist es, am Ende des Pendels zu sein, um den Ball in die Bahn zu werfen, wenn ihr den letzten Schritt macht. Und viertens, mit dem richtigen Bein den Anlauf beenden, um das ganz leicht das Knie des Beines anzuwickeln für einen besseren Stand. Ihr könnt euch, wenn ihr euch etwas fortgeschrittener bereits etwas aneignen möchtet, auch darauf konzentrieren, die ersten zwei Schritte etwas langsamer und die letzten drei Schritte etwas normaler oder leicht schneller zu machen. Das ist aber gerade am Anfang nicht super wichtig. Daran arbeitet ihr mit eurem Trainer oder mit euch selbst, wenn ihr den Anlauf grundsätzlich gut hinkriegt. Der Anlauf für zweihändige Bowlern ist grundsätzlich ähnlich. Die anfangs- und grundsätzliche Körperbewegung und der Pendel nur sehr anders. Auf dem Pendel gehen wir, wie bereits angesprochen, in einem anderen Video ein. Aber für den Anfang beachtet einfach folgendes. Bestimmt den Abstand wieder zur V-Linie, genauso wie bei einem Einhandbohler. Nehmt euren Startpunkt am Anlauf basierend auf die vorhandenen Markierungen und dort, wo ihr steht, und schaut, wohin ihr langwerfen möchtet. Nun stellt ihr euch so hin mit den Beinen und Oberkörper, dass ihr dorthin schaut, wo ihr langwerfen und auch langlaufen möchtet. Euren Bowlingball habt ihr in der Wurfhand auf einer Höhe, die sich angenehm für euch anfühlt. Die andere Hand nehmt ihr, um den Ball über der Wurfhand zu halten, denn ihr müsst mit beiden Armen und Händen pendeln, um den Bowlingball während der Pendelbewegung nicht zu verlieren. Eure Knie sollten etwas mehr gebeugt sein als euer normales Laufen, denn ihr tragt mehr Gewicht mit dem Oberkörper und habt diesen eher nach vorne geneigt dadurch. Versucht weiterhin euer Körpergewicht weiterhin an den Hacken beim Stehen und auch beim Laufen zu halten und nicht an den Fußspitzen. Auch als Zweihänder solltet ihr am Anfang nicht zu viel nachdenken und erst einmal daran arbeiten, ein Gefühl für die Körperbewegung und den Anlauf zu bekommen. Auch hier solltet ihr euch maximal auf folgendes konzentrieren. Mit dem richtigen Bein starten, beide Arme in eine Pendelbewegung zu bringen, wie es sich natürlich für euch anfühlt. Das Ziel dabei ist es, am Ende des Pendels zu sein, um den Ball in die Bahn zu werfen, wenn ihr den letzten Schritt macht. Ihr müsst aber viel stärker darauf achten, den Ball durch den gesamten Anlauf festzuhalten, da ihr diesen mit beiden Handen fassthaltet. Mit dem richtigen Bein den Anlauf beenden und das Knie des Beines anzuwickeln und euren Oberkörper in die richtige Position zu bringen für die Ballabgabe. Versucht dabei auch euer Zielpunkt und die Wurfrichtung gut zu treffen. Wenn ihr dazu tendiert, viel nach links oder rechts zu verwerfen, geht das Ganze ruhig etwas langsamer an. Das gilt für einen Hand- und auch für zwei Handbowler. Wir hoffen, dass ihr mit diesen Tipps sowohl euren Hausball gut aussuchen, wie auch euren Anlauf langsam aber sicher aufbauen könnt. Denkt daran, beim Bowling kommt es auf viele Kleinigkeiten an. Ärgert euch also nicht, wenn es nicht direkt klappt. Euer Ziel sollte es, egal ob Einhänder oder Zweihänder, erst einmal sein, ein gutes und natürliches Gefühl bei dem Anlauf zu bekommen. Wenn ihr das gut hinkriegt, ohne viel nachdenken zu müssen, seid ihr bereit für die nächsten Schritte und habt bereits eine sehr gute Grundlage aufgebaut. Vergesst auch nicht die Frage des Videos. Wie sucht ihr euren Bowlingball aus? Egal ob eigener oder Hausball, worauf achtet ihr bei eurer Wahl? Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu diesem Video, schreibt es gerne unten rein. Wir sehen uns dann hoffentlich zu dem nächsten Kapitel, wo wir dann den Pendel angehen werden. Neben der Ballabgabe, einer der Bereiche, die am meisten Fokus benötigt, gerade für Anfänger. Untertitelung des ZDF, 2020